Ich wurde getroffen, mehrmals. Mein Bein zittert, ich weiß nicht warum. War da oben gerade ein schwarzes Schaf? Ne, das ist eine Schwinne, oder? Ist das? Ja, das war eine Schwinne. Gut. Einfach mal so, Creeper! Geh weg, ich hab einen Pfeil. Aber kein Bogen dabei. Geh weg. Na ja, okay, komm, explodier. Ich hätte noch genug Zeit gehabt, um wegzurennen. Hätte ich noch gehabt, aber, naja. Kühe! Wow, eine Spinden- und Kuhzucht! Ja, genau so, ja! Ja, Kühe! Ja, ich möchte eine Kuh reiten. Der Schweinesattel ist scheiße. Ich möchte eine Kuh reiten. Kühe sind doch viel muhiger. Genau, die sind viel muh. Wow, da ist ein Knochen. Knochen, Knochen. Knochen, Knochen, Knochen. Und da ist noch ein Knochen, Knochen, Knochen. Und da ist eine Spinne, die ich jetzt nicht schlagen werde, weil ich gerade viel zu wertvolle Ressourcen dabei habe, nämlich Feine. Yay! Die mir... Stimmt, das Loch. Das Loch kennen wir ja noch. Beziehungsweise, ihr kennt es nicht, ich kenne es. Äh, ich hab ja nämlich mal, äh, ich muss ja dort, ich muss ja mal auf den Berg und so kommen und meine Ressourcen und so weglegen und blub. Ähm, ja. Also, von daher, musste ich auch dann nochmal hier und da und das und dies und das und, ähm, ich hab mich mal eine Nacht durchgemacht, also bei Minecraft und bin da die ganze Zeit reingerannt und hab mein Schwert da drin die ganze Zeit verloren und so, weil ich da dann nur drin die ganze Zeit gestorben bin. Das hat auf jeden Fall, es hat Spaß gemacht. Nur leider Gottes hatte ich da gerade keinen Fraps, sonst hätte ich, on, äh, auf, sonst hätte ich nämlich gezeigt. So, und meine Zuckerfarm wächst. Sie wächst. Ich glaube nicht. Nee, den hier mache ich weg. Das ist nämlich hier. Ich nehme nur die ganze Zeit. Geht das noch? Ja. Geht das noch? Ja, geht das noch? Ja, geht das noch? Ja, geht das noch? Nein! Geht das noch? Gut, hier haben wir dann eine kleine Absenkung. Meiner Farm. Meines Farmeramas. Wieso, was ist jetzt, wenn ich hier jetzt einen Block hinmache? Gut. Ich wollte... Au, Schmerz. Au. Ah, 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 ah. Gerade überdehnt. Ha! Ich kann sich beim Computerspielen überdehnen. Ich glaube es ja nicht. Ach, Mann. Was bin ich für ein Noob-Let's-Player? Ja, ich bin traurig. Gut, die Spinnen vom Dach sind hier weg. Also gehen wir aufs Dach. Und sonnen uns. Wir sonnen uns auf unserem Sonnendach. Oh mein Gott, ich bin aufgewacht. Ich bin aufgewacht. Ich bin aufgewacht. Ich bin aufgewacht. Gut, äh, gehen wir einfach wieder rein. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keine Lust mehr. Meine Güte, frisch Luft hier in dem Haus. Oh Mann, es zieht schon wieder so. Wer lässt auch immer die Türe auf? Mann, 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 Mann. Ach, egal. Hier unten ist es ja warm. Hier unten haben wir ja Lava. Oh, das sieht aber wirklich geil aus mit der Lava. Muss ich ernsthaft mal sagen. Ich finde, das ist eine coole Idee gewesen von mir. Also, ich mag die Idee einfach. Hätte die jetzt jemand anders gemacht. Haben bestimmt auch schon 1500 Leute gemacht. Aber die Idee, finde ich, ist ganz geil. Und jeder, der auf diese Idee kommt, ist cool. Und jeder, der nicht auf diese Idee gekommen ist, ist nicht cool. Aber, aber, darf man nicht vergessen, jeder, der auf diese Idee gekommen ist, ist cool. Und Let's Player. Oh, haha. Nein. Denn Let's Player sind cool. Oh, 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 oh. Hui. Ey, ich bin gerade übelst am Abfacken bei mir. Ich weiß nicht, was hier los ist. Oh, mein Gott. Bestimmt, das mussten wir ja lassen. Und ich finde, unser Haus, das sieht geil aus. Und ich kann es ehrlich mal sagen. Wie, das hier oben sieht richtig geil aus, so. Ich mag das richtig. Wenn wir jetzt hier Besuch kriegen würden, oder so. Ach, nee, sieht schon cool aus. Da haben wir Scharf. Genau, da haben wir Scharf. Da haben wir ein, da haben wir natürlich ein Scharf. Aber ich bin sehr oft an nur einer Stelle. Nämlich hier. Oder in dem anderen Haus, auf der anderen Insel. Und ich denke mal, dass das auch langsam, aber sicher langweilig wird. Und Wolle. Und Wolle weg. Und Wolle runter. Genau, Wolle. Was hab ich jetzt gemacht? Okay. Ja, Wolle runter. Das war mal echt ein toller Spruch. Den werde ich öfters verwenden. Wolle runter. Meine Nase juckt. Falls ich irgendwann niesen werde, ich weiß es nicht. Ich werde es auf jeden Fall nicht rausschneiden. So viel sei gesagt. Aber ich muss jetzt gehen. Ich muss immer so oft in meinen Let's Plays gehen. So langweilig finde ich das nicht. Ganz ehrlich, ich liebe meine Let's Plays. Also so von, ja, vom Aufnehmen her. Warte mal, wo ist jetzt meine Wolle? Da ist sie. Gut. Dann werden wir das hier wieder raus. Und ich meine, hier wieder rein. Und jetzt, jetzt gehen wir mal aufnehmen. Moment, ich muss mal gerade nachsehen, 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 nachsehen. Joa, ich hab mir da noch Eisen. Also werde ich jetzt einfach mal... Einen Moment. Damals. Aha. Oh mein Gott, ich muss mal unbedingt eigentlich mal weg. Gerade. Fällt mir gerade ein. Ich müsste mal gleich eine Pause machen. Jetzt nicht, weil ich euch nicht mag oder so. Nee, weil ich ganz dringend wohin muss. Um genau zu sein. Ich muss mein menschliches Verlangen. Dem muss ich nachgehen. Nein, halt auf. Jetzt gerade noch nicht. Ich versuch's noch einzuhalten. Ich versuch jetzt noch... Ach nee, das sollte ich jetzt gleich noch. Nein. Gut. Ähm. Jo. Geh mir baden. Yay. Mein Schwert hat irgendwie so komische Rillen, aber okay. Ähm. Ne, gut. Ich schwimm einfach wieder zurück ans Ufer. Ich werd mir nämlich jetzt mal grad was machen. Ähm. Äh, genau. Ich werd jetzt erstmal mein Klacksbedürfnis mal gerade stillen. Ähm. Jo. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ähm. Ja. Und da werd ich dann hier... Warte mal. Ich muss mal grad rechnen. Mal drei und halb... Nee, dann sehen wir uns gleich in der Folge wieder. Ja. Also dann bis gleich.